Noch einmal, aber so böse wollen wir jetzt gar nicht werden, weil der Stand so ein bisschen ungünstig. Die Kollegen sprengen mich gerade an, jetzt sag mal. Das wollen wir ganz gerne machen, weil wir das Fußballspiel natürlich nicht nur aus der klassischen Perspektive beobachten wollen, sondern auch mit dem Blick von Jörg Dahlmann und seinen Kollegen atmosphärisches Aufsaugen und Emotionales. So, erstmal stärken, Pommes rot-weiß, lecker, lecker. Und sie liebt solche Männer, echte Ruhrpott-Kerne, wie zum Beispiel Lennart. Hier ist er. So, und jetzt Mannschen gegen Raphael, kommentiert von Lennart. Schille-Sippel hört auf Lennart, aber... 25 Minuten zu spät! Wir erzählen jetzt die Geschichte des Spiels mit Chefkommentator Lennart. Bitte schön, Lennart. Ja, glaube ich denn, Hör, glaube ich denn, ist keiner in der Lage, noch Hör zu springen, wie ein Schwein-Scheiß! Wie ein Schwein-Scheiß! Der kommt noch wieder zum Schneller rein! Ein Westermann geht ihm im Kopf! Ein Westermann! Fahr, fahr, fahr! Jetzt mehr mal den Schritt! Mach mal den Schritt! Ja, 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 ja! Mann! Dass man sich immer das rauslegen muss, hier. Ja, 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 ja! Geht doch! Es geht doch! Mensch, meine Freundin, ist erreichbar. Ich fass es nicht. Hi! Wir haben gerade das 3-1 geschossen. 3-1! 3-1! Sie glückt sich. Daniela, heute ist Sonntag. Nur fürs Detail. Heute ist Sonntag. Ja? Ich bin nicht entpufft. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir mir das 4-1. Ach, ach, nein! Spiel doch einmal mit, Kerr! Hünterer! 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 5! 1! Ja, ich habe jetzt wieder empfangen. Die Deutsche Telekom hat wahrscheinlich wieder das Netz ausgemacht. Vielleicht habe ich wieder was überwiesen. Ich weiß es nicht genau. Aus meinem dicken Konto aus der Schweiz. Wir führen mittlerweile 4-1. Leck mich am Arsch. Heute gibt es Fischsuppe. Hamburger Fischsuppe. Herrlich dieser Typ. Ist der nicht geil? Ja, was er richtig nebenbei noch erledigen kann. Bei so einem entspannten Spielstand. Da kommt man auch Radiomoderator. Ja, ganz ehrlich. Und er kommt mit der Lebensgefährtin mal wieder ins Gespräch. Das ist ja sonntäglich nach gerade.